Herzlich willkommen, YouTube, zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und wir sind wieder mit einer Minigame-Runde dabei. So sieht's aus. Genau, der Markus ist auch dabei, ihr habt es schon gehört, und wir spielen Hide and Seek. Und ich glaube, wir haben hier einen Fehler gemacht. Pick your block, was ist das? Keine Ahnung, wir haben einfach entschieden, ohne Testen direkt anzufangen. Scheinbar müssen wir die Pick your block, hm. Aua, ich sehe nichts. Lauf mal schneller. Nein, ich fall runter. So, jetzt geh ich wieder. Ja, gute Frage. Was ist los? Ich bin irgendwo, was ist passiert? Ich auch. Ach. Hier bewegen sich Blücke bei mir. Achso, ich bin Block, oder was? Ich auch. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, was für ein Block ich bin. Scheiße, welche Taste war nochmal Außenansicht? F3, oder? Nein, F5. Wie sehe ich denn aus? Kann ich mich irgendwie bücken oder so? Ich sehe bescheuert aus. Ich frage mich gerade, wie man sich verstecken soll. Ja, bei mir stehen die Beine unten hervor. Ich glaube, das ist nur, wenn man sein eigenes von außen sieht. Ist halt die Frage. Wenn ich mich von außen sehe, bin ich Glas, aber... Das ist voll auffällig. Scheiße. Suche ich schon, oder nicht? Warte, Seconds, Hidas, Zikas. Alter, es ist alles unsymmetrisch, wo ich mich hin positioniere. Das muss irgendwie Sinn ergeben. Das könnte Sinn ergeben. Da hat mich einer gesehen. Ah, passt. Ich weiß nicht, ob ich gut stehe. Ich stehe scheiße. Ich bin ein Block und laufe durch die Gegend. Das ist voll geil. Alter, ich sehe anders aus. Ich bin tot, ich bin tot. Ich weiß jetzt nicht, ob ich versteckt bin. Ich sehe auf einmal ganz normal aus. Nun bin ich ein Sucher, okay. Wie kommt man jetzt hier raus? Wait, please, wait. Gut, jetzt verstehe ich das, was ich mit den Blocks vorhin gelesen habe. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich versteckt bin oder nicht. Ich sehe bei mir normalen Körper. Man muss auch killen, das habe ich gar nicht verstanden. Die sind gerade an mir vorbeigelaufen. Sieht schon mal gut aus. Du bist immer noch Block. Ja. Ich bin gut im Verstecken. Ich verstecke mich vor Menschen unter 20 Jahren. Oh Mann. Ach, das war einer. Das war einer. Ich Idiot. Scheine nämlich perfekt zu verstehen. Ich habe einen getötet. Yeah. Haha. Nein. Bist du das? Aua. Lass mich. Ach Mann. Hat man nur einen weißen Block gesehen oder wie hast du mich eigentlich gesehen? Du hast mich geschlagen und ich habe es gehört. Und deswegen habe ich mich um. Ich habe dich geschlagen. Ich stand doch da nur. Das hörte sich so an. Und außerdem hast du haha geschrien. Das war auch schon auffällig. Ja, das war auffällig. Aber. Ähm. Was wollte ich sagen? Ich vergesse, was ich sagen wollte. Aber. War ich nur ein weißer Block? Ja, ja. Du siehst nur aus wie der eine Block. Okay. Jetzt wissen. Ich glaube. Sieg krass. Elf Stück. Ich suche jetzt auch. Ja. Äh. Ich weiß noch nicht genau. Wieso jetzt gerade dann die Runden gewechselt wurden und. Keine Ahnung. Bin noch nicht so. 100%ig schon. Ist die Runde von neu angefangen? Ne. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben noch eines. 1,40. Warte. Was war das? Hier ist irgendwo einer, der mich schlägt. Bist du das? Ach, das bist du. Hast du mich geschlagen? Nein. Ich habe nur diesen Schlag gehört. Deshalb. Habe ich mich ja. Gewundert. Was los ist. Das ist alles ziemlich symmetrisch hier. Boah, das macht extrem. Lärm. Warte, hier steht da nicht eins aus und. Ey. Was ist das? Ich werde die ganze. Ja, ich höre das auch. Aber wenn man die einmal schlägt, dann erkennt man doch, dass man die schlägt, oder? Ja. Nicht, dass man ihn schon wieder. Aber wir wissen. Hä? Da, ich Idiot. Ah, ein Bücherregal? Ja, aber es war kein Bücherregal. Es war nur ein Block. Na. Das hätten uns auch auffallen können. Ja. Oh, oh. Ja, es sind noch vier Stück. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Schnell. Die können auch als Lampe und sowas verkleidet sein, ne? Das finde ich aber ein bisschen komisch. Denn die, die sich mitversteckt haben, die können wissen, wo einige sind. Einerseits ist es gut, weil die Runde dann schnell vorbeigeht. Andererseits ist es blöd für die Verstecker. Ist das einer? Aha, ich hab einen. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit falsch drückt, wird's laut. Haut ab, haut ab. Hab ich den? You gain 20 Pulse for killing. Yes. Hab einen. Die können halt auch töten, die. Ja. Aber das ist laut, glaube ich. Die sind nicht so stark. Drei Stück noch. Wir haben nur noch 45 Sekunden. Wenn man viel falsch drückt, wird's echt laut. Das ist unangenehm, das Geräusch. Wenn man quatscht? Wenn man viel drückt, viel schlägt und da keiner ist. Bei mir geht's eigentlich. Ja, dann drück mal ganz viel falsch. Mach ich grad. Also irgendwie. Vielleicht ist einfach deinen Ton zu laut. Hm. 15 Sekunden, das wird, glaube ich, nichts mehr. Nein. Wir haben auch schon lange keinen mehr gefunden. Ja, wie Gott. Ich hab grad einen gefunden, aber sonst. Jetzt hat Blockchain hier ein bisschen komisch. Nein, auch nicht. Okay. Was ist mit dem hier? Das ist unsymmetrisch. Bist du das hier? Vorbei, oder? Ja. Deine Typen. Sechs Kills. Nicht übel. Ja. Schon nice. Hat er gut gefunden. Aber ich find's als Versteckter, glaube ich, lustiger. Ja. Dedo. Den Nervenkitzel. Ja. Ach, das war's ja schon. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal noch eine Runde. Egal. So, wir sind wieder da. Ähm, wir haben jetzt herausgefunden, in dieser Vorrunde quasi muss man aussuchen, glauben wir, was für ein Block man dann ist. Hä? Ich bin außerhalb. Bei mir schwarz und das sieht nicht gut. Ähm, ich hab ein schwarzes Bild. Ich hab irgendwie keinen Block, oder? Ich weiß auch nicht, was bei mir los ist. Scheint aber bei anderen auch so zu sein. Ich weiß nicht, welcher Block ich bin. Das ist nicht. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich aber doch irgendwo. Oh, ich bin ein Steinblock. Ich bin ein Ofen. Na super. Ich weiß nicht, was ich bin. Wo bist du denn? Noch am Start? Bin drin in diesem... Oh Mann, die suchen jetzt schon. Das ist unfair. Ich hab auch einen richtigen Scheißblock, wenn ich ehrlich bin. Dann hab ich keine Chance mit. Das sieht auch voll aus nach einem Ort, wo ein Ofen steht. Also, ich hab keine Chance. Jetzt häng ich irgendwo fest. Oh Gott. Wo könnte ein Ofen stehen? Hier könnte ein Ofen... Na, das ist voll auffällig. Bei mir auch, glaub ich. Ich weiß nicht mal... Also, du meinst, das, was man in F5 ist, das ist man in Wirklichkeit auch? Ja. Ja, weil gerade hatte ich, wenn ich F5 gedrückt hab, Glas. Aber sonst? Ich bin gleich schon tot, glaub ich. Ja, ich steh jetzt hier. Ach, verdammt. Jo, ich bin tot. Das war aber auch... Also, ich bin... Du meinst, du bist ein Ofen, ne? Ja, ein Ofen. Ich hab dich leider nicht gesehen. Wir müssten gleich mal testen, ob man dann wirklich ein Ofen ist. Ja. Ich glaube, ich steh perfekt. Wenn ja, könnte es ein bisschen schwieriger sein, mich zu finden. So. Has been killed. Has been killed. Ja, es geht langsam ab da. Noch. Nein, nein, 17. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Verdammt, darf ich ja dir verraten, wie ich bin. Das ist unfair. Ja, das ist irgendwie doof. Wenn du mich siehst, lass mich diesmal leben. Weiß dir, ohne darüber zu denken, er läuft weiter. Es hat aufgehört zu laufen, aber ich seh ihn nicht mehr. Komm, du lauf weiter. Du siehst mich nicht. 16 Stück. Seekers 6. Das sind aber viel weniger, die suchen, ne? Scheinbar. Ich glaube, es sind anfangs nur zwei. Ja. Einer ist dieses Mal direkt gestorben. Was denke ich, wenn die zwei Sucher sterben? Ist die Runde vorbei? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Der eine schlägt wild um sich und ich seh es einfach nur. Das ist voll geil. Oh, oh, ich höre Schritte. Okay, es läuft auch vorbei. Okay, haben wir einen Deal für diese Runde, dass du mich nicht schlägst? Falls du in meiner Nähe sein solltest, dann sage ich dir auch Bescheid, wer ich bin. Ja, okay. Okay. Wo bist du denn? In so einer Halle. Ja, in der Halle sind alle. Wenn du in meiner Nähe stehst, dann ist das auffällig. Oder du stehst in meiner Nähe, dann kommen andere nicht dahin, weil die denken... Ne, 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 so spielen wir nicht. Aua, nein, 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 nein. Wie kann ich denn zurückschlagen, Tod? Hat dich jemand gefunden? Jo. Man hat mir aber auch irgendwie voll das Brett vorm Kopf. Das ist voll auffällig, aber man peilt es nicht. Ja. Ich frage mich halt gerade, was ich in Wirklichkeit war. Das finde ich immer noch verwirrend. Weil es, wie gesagt, anders aussieht, wenn man in der Ego-Perspektive ist und in der F5-Perspektive. Ja. Also bei mir beiden... Mir wäre nicht aufgefallen. Erstmal war es Obsidian in der Ego-Perspektive. Und, äh, im Nicht-Ego war es... Äh, was war es denn? Glas, genau. Verstehe. Schwert. Das sieht interessant aus. Nein. Oh, die... Ne. Ich dachte, die Runde wäre jetzt jeden Moment vorbei. Das sieht auch normal aus. Manche haben halt echt Ahnung von dem Spiel. Die können das. Ja. Hm. Hier könnte irgendwas unsymmetrisch sein. Aber ist es... Nicht. Schade. Ich finde es krass, dass man sich auch als Bücherregal irgendwie tarnen kann. Die Frage ist halt nur, ob die Blogs zufällig ausgewählt werden. Oder... Da steht da irgendwas mit Schuss. Also irgendwie... Wir sind vermutlich einfach nur zu blöd. Das könnte auch... Wie immer. Wir sind für alles zu blöd. Ähm. Ähm. Hä? Hä? Maa? Wo sind die denn? Was ist das? Was ist das für ein Rauschen gewesen? Was war das? Da hast du ganz viel gedrückt und dann hat es gerauscht. Ja. Das meine ich. Das hatte ich nämlich auch, weil ich zu viel falsch gedrückt habe. Aber eigentlich gut. Dann haut man nicht wild um sich. Ja, genau. Das ist ja der Sinn der Sache. Man könnte natürlich auch einfach ohne Sound spielen. Aber... Ne, ne. Das ist ja kein Spastorn. Wie lange noch? 31 Sekunden 30 Sekunden. Hörst du es im Hintergrund? Meine Katzen machen schon wieder Theater. Die wollen beachtet werden. Keiner beachtet die armen Tiere. Irgendwie ist die Runde doof. Ich finde das Haus schöner. Ich finde diese Halle hier finde ich nicht gut. Vielleicht verstecken die welche nach außen. Ich wollte gerade sagen. Man kann ja auch draußen. Ich gehe mal raus. Ich bin auch jetzt mal nach draußen gegangen. Hier hat irgendwie fast keiner draußen geguckt. Kann das sein? Das kann sein. Da ist der Diego Lars. Ich glaube aber hier ist keiner. Hast du schon da hinten geguckt? Oder du gerade entlangläufst? Hier hinten noch nicht. Huch. Was ist los? Ich bin auch runter. Ich glaube entweder vorbei oder es ist ja was abgeschmiert. Okay. Machen wir noch einen Cut. Jupp. So. Da sind wir wieder. Wir sind wieder hier in dem Vorbereitungsraum. Und ich bin wieder runtergefallen. Dadurch werde ich wahrscheinlich wieder ein... ...nur Scheiße finden. Pick your Block. Ja wie läuft denn das ab mit dem Pick your Block? Falls das jemand von euch weiß. Gerne in die Kommentare. Wisst ihr doch. Jetzt alle herum. Ach. Was? Schnell erzähl. Wie? Neben der Kompass. Der kam neu dazu. Jetzt kannst du einen aussuchen quasi. Wie denn? Draufklicken. Glaube ich. Was bin ich denn jetzt? Was bin ich? Ich bin unsichtbar. Jo, come on. Ich habe natürlich jetzt voll den Scheißblock. Ah, ich bin Stein. Habe ich das ausgeducht? Aber ich weiß es jetzt. Gut. Ein Stein hier ist nicht so... ...verkehrt würde ich sagen. Ja, ich habe Holz. Es ist total passend hier. Jo, äh... Alter, lauf doch mal schneller. Gibt es hier keine... ...keine Zeitangabe, wann... Okay, die Zeit ist runter. Doch, rechts. Hier gibt es nirgendwo einen guten Platz, damit man ein Stein sein kann. Ich bin jetzt hier einer. Ein... Ein Holzstück. Ich chill, hier kommt so ein Büchereig. Man sieht sogar, wie gut das... Äh... Oh Gott, ich stehe hier komplett... Das passt überhaupt nicht, hier zu stehen. Ich glaube... Wenn man länger steht, wird man auch unsichtbarer. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich meine ja... Da steht so was... Wenn du dich bewegt hast und dann... Äh... Irgendwann... Dann ist so ein Balken, der sich bewegt. Ich stehe jetzt mal. Oh, da kommt einer. Der sieht mich. Der sieht mich so. Nein, der sieht mich nicht. Yes. Ist natürlich spannend, so ein Let's Play über Hide and Sieg, wo man einfach nur in der Ecke sitzt. Also... Aber ich finde es witzig. Ich finde es cool. Ja, ich finde das eigentlich auch lustig. Aber es ist, glaube ich, für das Let's Play nicht so das ganz Richtige. Ja, wir gucken mal, was die Leute dazu sagen. Eben. Ich finde das eigentlich wirklich gut. Man muss irgendwie bei allen Minecraft-Sachen, finde ich, erstmal so ein bisschen durchblicken, wie das abläuft bei den ganzen Minispielen. Vor allem so Noobs, wie wir es sind. Aber ich glaube, Hide and Sieg habe ich jetzt verstanden. Mehr oder weniger. Das ist richtig... Au, au, au. Nein, 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 nein. Er hat es nicht gesehen. Ah! Ich bin jetzt equipped mit einem Schwert. Wieso? Wie kann ich den zurückschlagen? Ach ja, ich habe... Scheiße. Tot. Na, was soll's. Dann suche ich jetzt auch mal. Ich habe ein Schwert. Ein Schwert! Ah! Oh Gott, mein Psycho. Mit... Plus... Vier Angriffsschaden, aber Rückstoß plus eins. Ich hatte auch gerade ein Schwert, aber kommt der erst dazu, wenn man angegriffen hat? Ja, der kommt, glaube ich... Nein, ich glaube, der kommt erst dazu, wenn man ein bisschen, äh... Ach so. Gestanden hat. So, Holz, hat der Lars gesagt, ist er. Nein. Ein Stein, hast du nicht zugehört. Ich war ein Stein. Hm. Ich habe hier gerade einen Stein langlaufen sehen. Ich hoffe, er sieht so bissig aus. Aber die Sucher, die sieht man auch als Block normal, ne? Ja. Er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Er sieht mich nicht. Jetzt ist die Frage, wenn man das Schwert nimmt, ob man dann sichtbarer wird. Bestimmt, oder? Das müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wenn das ein Holz... Hier ist ein erledigt. Ähm... Wenn man da so ein... Du hast ein erledigt? Ja. Kommt drauf an, wenn einfach mal so ein Holzblock mit einem Schwert rumsteht, könnte... Ja eben, das ist die Frage, ob das Schwert dann angezeigt wird oder nicht. Da läuft eine Box, Leute. Seht ihr das nicht? Ähm... So. Nein! Er sieht mich! Ach, scheiße. Oink, oink. 72 Tokens habe ich. 62. Ich bin hier ein... Verdammt, ich hätte mich hier verstecken sollen. Hier kommt kein Arsch hin. Wenn wir die Map das nächste Mal spielen und ich nicht Sucher bin, komme ich hier hin. Ich bin froh, dass die Maps auch ein bisschen unterschiedlich sind. Hm. Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Hm. Doch nicht, schade. Hm. Ich suche dich. Ich finde dich. Gibt auch diesen Film mit, äh... Charlie Sheen, glaube ich. Hide and Seek. Ich weiß nicht, ob es so... Nein, das ist es nicht. Das könnte nein. Gut. Hm, aber gut, das ist ein Versteck für den Ofen oder so hier. Kennst du? Hide and Seek mit Charlie Sheen, glaube ich. Sheen? Charlie Sheen, da kenne ich nicht. Sheen, Sheen, Sheen. Oder ist der mit wem anders? Auf jeden Fall ist der gut. Meine Freunde finden den gruselig. Ist das ein Horrorfilm oder ist das... So ein bisschen Psycho. Ich stehe auf Psychofilme. Muss ich mir direkt angucken. Kann der hier mal weggehen? Dieser Arsch, der hat mich getötet. Und jetzt steht er die ganze Zeit da, wo ich... Sechs Leute noch. Hm. Hier geht nicht auf. Scheinbar nicht. Manche machen den Fehler, dass die sofort zuschlagen, auch wenn man es in der Nähe steht. Wobei man die gar nicht erkennen würde. Mich hat zum Beispiel vorhin ein Bücherregal angegriffen und ich habe nicht mal gemerkt, dass es eine Person sein könnte. Und erst dadurch habe ich ihn umgebraten. Er hat sich sozusagen selbst verraten. 30 Sekunden noch. Ich habe noch keinen gefunden jetzt. Ja, ich finde jetzt gerade auch nichts mehr. Wobei ich ja auch relativ lange versteckt war. Geil ist halt, wenn du hier irgendwie so... Wenn zwei Leute ein Bücherregal machen und dann zu sich zusammenstellen. Irgendwie das Feld dann voll... Ich meine... Müssen wir mal versuchen in der nächsten Runde. Kann passieren, dass dann zwei direkt weg sind, aber es kann halt auch unauffälliger sein. Da kann man sich sozusagen auch egal wohin stellen. Ja. Irgendwo aufs Holz und... Das Problem ist halt nur, man weiß als Blog selbst nicht, ob man synchron steht, etc. Okay, das war doch eine schöne Runde, würde ich sagen. Das soll es für heute gewesen sein. Und wir sehen uns wieder bei einer normalen Folge Let's Play Minecraft oder bei einer weiteren Folge Minischiele. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.